Himmlischer Vater, in deinem Sohn haben wir den einzigen und wahren Messias gefunden. Wir bitten dich, erläuchte uns mit dem Heiligen Geist, damit wir die wahre Größe Jesu begreifen. Wir bitten ihn, Herr Gottes. Stärken uns den Geist des Gebetes und der Gottesliebe. Wir bitten ihn, Herr Gottes. Befehlte uns immer mehr, andere Menschen zu Christus zu führen. Wir bitten dich, Herr Gottes. Berufe viele junge Menschen zu Priestertum und Ordersstamm. Wir bitten dich, Herr Gottes. Stärken unseren leiten Vater und unsere Bischöfe in ihren Dienst, damit sie eine Kirche auf die richtigen Wege führen. Wir bitten dich, Herr Gottes. Hilf den Kindern und Jugendlichen in all ihren Sorgen und Nöten, besonders wenn sie sich an keinen Erwachsenen wehnen können. Wir bitten dich, Herr Gottes. Bergib unseren Verstorbenen Sünde und Schuld und nimm sie auf mit deinem Englischen Reich. Wir bitten dich, Herr Gottes. Wir bitten dich, Herr Gottes. Und wir bitten, Herr Gottes. Wir bitten, Herr Gottes. Wir bitten, Herr Gottes. deines Kindes nicht verschwindet. Zeige, was du nun da bist, wo du noch am Christen bist. Mit deinem Geist ist dein Herr und der Herr am Geist ist der Herr. Amen.